So, Tachchen, Niki hier. Ich wollte mal noch ein Update-Video machen zu meinem Armageddon-Brand-Build hier. Mal eben eine Map reinschmeißen, nichts Besonderes. Ja, more life, keine Ahnung, ein bisschen Chain. Ich bin nicht Chain-Immun gerade, mal gucken. Und ja, nichts Besonderes. Keine besonderen Mods, eine Tier-16-Map. Ich hab nicht wirklich viel zur Auswahl. So, Tier-16. Sieht sehr mager bei mir aus. Einfach mal reinschmeißen. Also, soweit bin ich nicht gekommen. Ich wollte meine Challenge jetzt erstmal fertig haben. Und ja, dauert jetzt erstmal mit einem Einloggen. Ja, die Internetleitung ist gerade nicht die schnellste momentan. Dauert einen Moment. Auf jeden Fall wollte ich mal ein Update-Video machen. Ich wollte den Chain nämlich heute Abend mal umskillen und noch was anderes testen, bevor die Leak endet und so weiter. Und ja, laufen wir mal ein bisschen hier durch die Map. Nichts Besonderes. Und, ähm, ups, falscher Weg. Sollte schon der richtige sein. Und dann gehen wir nochmal das Gear durch, was ich so abgegradet hab, was ich gelernt hab. Gerade, ähm, die Sechsling-Rüstung und so. Wir haben so viel Auswahl. Da kann man mal einiges abklappern. Dup, dup, dup. Äh, Clear ist auf jeden Fall vernünftig. Ähm, da kann ich nichts sagen. Für das, was man so investieren muss. Das ist recht, recht gering eigentlich. Meine Golems sterben nur gerade momentan ein bisschen weg. Dup, dup, dup. Weil ich die von Level 20 mal auf 1 runtergelevelt hab. Äh, für, für Quality und so weiter. Die sollten mittlerweile 18, 17, 18 sein. Aber die können natürlich noch ein bisschen mehr aushalten, wenn sie wollen. Ähm, aber da können wir auch noch drüber reden, über, über die Golems. Wie man dafür sorgt, dass die besser überleben und so. Ähm, das ist kein Thema. Auf jeden Fall macht, macht der Bild richtig Laune. Und man kann den ohne Budget großartig spielen. Was ist denn da schön, dass es noch gedroppt? Hm, ach du meine Güte. Dafür dreh ich mich um. Ähm, ohne Budget spielen. Äh, ziemlich flott dafür. Und man sieht gleich auch in meinem Gear, ich hab nur ein paar Basic Items. Nichts Spezielles, so wirklich. Ich trage gerade einen Impulser. Braucht man aber nicht. Es ist, äh, ist eigentlich nur so ein, so ein Game. Gibt ein bisschen Single Target Damage, ein bisschen Clear dazu natürlich. Äh, gerade Rahmobs, die mittendrin stehen in so einem Pack. Wir machen die Explosion natürlich guten Extraschaden. Aber definitiv nicht benötigt. Da gibt's Alternativen, günstige Alternativen, die sehr, sehr gut dafür sind. Ähm, Brand Recall ist eine Sache, benutze ich. Aber selten, wie man vielleicht schon sieht. Eigentlich keine Ahnung. Ich vergesse es immer, zu benutzen. Oh, schöne Explosion. Aber kann man natürlich, ähm, doch voll pimpen und so weiter. Das ist auch nur, ja, Guideline für Single Target bei einem Boss. Sehen wir gleich bei einem Metamorph, wenn ich den baue. Single Target ist jetzt nicht der größte, aber auch nicht super schlecht. Ich hab jetzt nicht wirklich einen Vergleich. Ich hab nur einen anderen Char gespielt in der League. Wie gesagt, ganz spät angefangen. Ähm, endet auch in zwei Tagen von heute aus. Ähm, hauen wir mal eben hier weit rein. Dup, 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 die dicken Sachen. Und mal gucken, was er so macht. Aber das Gute ist, ich kann einfach hier rumlaufen. Und allem ausweichen, ohne Probleme. Brands machen halt nebenbei schön Schaden. Zwischendurch mal so ein Brand Recall auf dem Boss. Weiß halt nicht, wie viele Live Region der jetzt hat. Und, keine Ahnung. Habt ihr für Mods geachtet? Könnt ihr nochmal zurückspulen, was ihr hattet? Hatte Pause machen, wie auch immer. Aber es geht auf jeden Fall. Also. Normalerweise keine Probleme, außer ich baue Mist. Dann ist es natürlich was anderes. Aber Verteidigung ist recht gut an sich. Äh, kann man natürlich auch noch pimpen und so weiter. Man kann CI machen, Low Life machen. Ähm, worauf man Lust hat. Äh, das Grundgerüst, das ist ziemlich flexibel. Und da gehen wir jetzt mal eben drüber. Also. Basics. Ähm, also ich benutze halt die Golems mit den Elementalisten. Hatten wir ja schon mal drüber geredet. Leisure Frame Ordeal. Das gibt halt ohne Ende Damage. Ähm, pro Golem für 20% mehr Damage. Und so weiter. Und der ganze Buff-Effekt, der dabei ist. Er macht den Feuer-Golem, äh, noch total genial. Äh, gibt den extra Schaden und so. Also, ich benutze alle 5 Golems, außer den Carrion-Golem. Der bringt halt nix. Und wir haben halt Bacon of Ruin. Anstatt hier Mastermind of Discord oder so ein Müll. Der Pendulum ist noch okay. Aber wir haben schon genug Increased Damage. Und ja. Mastermind of Discord finde ich nicht so toll. Ich finde Bacon of Ruin besser, weil... Oder Beacon. Bacon. Schinken. Äh, Ruin-Schinken. Wie auch immer. Äh, gibt halt more Ignite-Damage. Wir machen Ignite. Schocken tun wir die ganze Zeit. Gibt einen schönen Effekt. Schillt. Wie auch immer. Das ist ganz nett. Conflux hilft damit mit der Uptime ein bisschen. Weil zum Beispiel für Schock und Schill habe ich nur eine gewisse Chance. Äh, 5% für jede Kleine. Und hier haben wir nochmal 5% und ich glaube hier bei, äh, 15% irgendwie so. Das ist nicht die höchste, ähm, Schock und Schill Chance. Außer das, ähm, ja. Shaper of Desolation hilft natürlich auch noch ein bisschen on top. Ansonsten benutze ich natürlich die ganzen tollen Juwele. Anima Stone und so weiter. Die kennt er. Prima, Maya, Mordial, Eminence. Und wo haben wir es noch? Harmony. Mit dem Amulett zusammen kriegen wir dann nochmal für ein Anima Stone nochmal ein extra Golem dazu. Und ansonsten habe ich ein Juwel mit Onslaught on Kill. Warum nicht? Na, das ist jetzt nicht der tollste. Aber brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das wollte ich eigentlich schon längst austauschen. Wie auch immer. Tauscht das gegen Watchers Eye ein. Watchers Eye mit irgendeinem Clarity Mod oder so. Man kann auch ein Level 1 Precision reinpacken mit hier Flasson Crit oder sowas. Crit Chance ist auch nicht so schlecht. 20% oder so ungefähr. Mit zwei Spells die ganze Zeit hitten. Wenn das geht, kriegt man ein paar Charges und Boss Fights. Das ist eine Möglichkeit. Ich benutze nur nicht großartig Auren für ein Watchers Eye. Das ist die Sache. Bloß Onslaught on Kill, das ist noch ein Relikt von Bevor ich Sinnersweller Uhren hatte. Ansonsten Mind Over Matter sind wir. Ein Mana Flass mit Not Removed und Full Mana. Ja, sorgt dafür. Mitten im Kampf brauchen wir kein Mana. Falls wir null Mana haben, ist nicht schlimm. Laufen rum. Die Casts, die laufen nebenbei. Machen nebenbei Damage. Ansonsten halt Print Notes, ein paar. Ich hab die unten hier mitgeskillt. Wenn ich jetzt CI wäre oder Low Life, würde ich hier gar nicht erst runterskillen soweit. Dann würde ich wahrscheinlich ja hier aufhören, durchgehen. Face of Steel. Vielleicht, muss man nicht mal. Man muss da nicht mal rein. Wahrscheinlich sogar hier aufhören und den Rest hier irgendwo skillen. Also Standard Low Life CI Builds. Was man so skillt. Ist alles in der Nähe, muss man nicht. Selbst die Notes sind nicht so toll. Brand Activation Frequency multipliziert sich halt mit Car Speed, ist das Tolle. Dadurch kommen die schneller runter, die Dinge. Ansonsten sind die Notes jetzt auch nicht so klasse, dass man die unbedingt braucht. Spezieller hier ist nochmal das Brutal Restrate. Würde ich auf jeden Fall nehmen, weil es gibt Flass Nodes, Elemental Damage Nodes, Minion Damage Nodes und so weiter. Und durch Minion Damage mit Spiritual Aid kriegen wir halt auch Increased Damage, was für Hits und Ignite zählt. Und ja, es gibt halt viel Decks. Ich brauche Decks. Ansonsten muss ich 30 Decks Nodes killen, mehr auf dem Gear holen. Aber jede kleine Note und sowas gibt zwei oder vier Decks. Das ist toll. Und wenn man nebenbei noch schöne Bonis rausholt, man kann sich die halt gewihen für bessere Bonis oder einen anderen Spot nehmen. Ähm, der Punkt zum Beispiel ist auch nicht schlecht, da haben wir auch viel. Und wenn wir einen tollen Boni haben, zum Beispiel auf Endurian Charge nochmal, keine Ahnung, 5% Chance, äh, Frenzy Charge und Kill zu kriegen oder so, dann lohnt sich das natürlich zwei Punkte auch noch reinzupacken zusätzlich. Ähm, oder andere Nodes halt, ne. Ähm, aber wir haben zwei richtig gute Spots mit dort und, äh, hier unten. Der geht vielleicht noch. Hm, ja. Äh, und guckt, wo er das Beste rauskriegt. Ich hab zum Beispiel Lord of the Dead mitgeskillt, weil ich noch 20% Increased Minion Damage kriege. Ähm, ja, Golemanser gibt mir hier Frenzy Charge und Kill, das ist ganz nett. 5% Decks, 4% Life, viel mehr hole ich nicht raus. Die anderen Nodes, die sind alle, hm, nicht so gut oder nicht so gut, dass es sich lohnt, da hinzuskillen. Hm. Ja, so eine, so eine Resi-Node hier kann sich auch schon lohnen. Zum Beispiel gibt mir 35 Cold Resi. Wenn ich so bräuchte für einen Punkt, hm, kann sich das schon lohnen. Und, ja, äh, wollen wir natürlich was Besseres. Wenn ich jetzt Frenzy Charge und Kill hätte, da drauf würde ich das wohl eher nehmen für einen Punkt. Also guckt da ein bisschen. Ich hab zum Beispiel Static Blows, hab ich übers, äh, Amulett hier genommen. Äh, mit dem Öl eingeschmiert. Weil das gibt mir noch 20% Elemental Damage. Und ich hab quasi garantiert einen Schock, oder einen gewissen Schock, ähm, Teil. 15% und 30% Effekt auf Schock sind ungefähr 4,5% Mord Damage Taken. Also bringen die 15% Increased Damage Taken auf 19,5%, äh, nur mit der Node, äh, was das angeht. Dann Increased Damage if we have shocked recently. Das sind auch 30% Increased Damage für Ignites und, ähm, Hits quasi permanent. Also allein dafür 50% Damage und 4,5% More Increased Damage Taken. Dafür lohnt sich das meiner Meinung nach schon, über das Amulett einzuschmieren. Äh, wenn ich jetzt dann nicht so einen tollen Mod hätte. Es gibt genug Alternativen hier. Natürlich das super Premium Soul of Steel immer. Das ist klar. Ansonsten, Arsonist ist sehr günstig und bringt sehr viel, ähm, Increased Damage und was weiß ich. Also da findet da schon was. Da gibt's genug auf den Skilltree, die toll sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Top-Teil hätte, hier drauf, ein Top-Mod, na, dann würde ich den wahrscheinlich sogar skielen. Na, das, ne, das kann halt, ähm, auch richtig viel Damage bringen und für Mind Over Meta hilft sowieso. Oder Mystic Bulwark wäre auch eine Möglichkeit, wenn mein Brutal Restraint da helfen würde. Ähm, also besorgt euch eins, wenn möglich. Das ist ein Top-Ding. Ähm, und mit dem Öl würde ich danach gehen, vielleicht, wenn's, wenn's noch ein extra Mod gibt, was man da schönes nehmen kann. Oder halt die OP-Dinge auf den Skilltree. Kennt da bestimmt. Äh, was so geht. So, das ist so Skilltree-mäßig, ähm, flexibel ist es, man kann immer noch Sachen wegskillen. Wenn man jetzt hier nix drauf hat und, keine Ahnung, Minion-Damage-Nodes kann man wegskillen. Hier haben wir sieben Punkte frei, Wurps, fertig. Äh, nächste League, dann kriegen wir halt den, die extra, den extra Kram dazu. Kann man halt hier schön reinmachen und extra skillen, wenn man da Punkte braucht. Wenn man tolle Rar-Juwele hat und tolle Keystones existieren. Das ist jetzt, bevor wir wissen, was es alles so gibt. Bevor die Released sind. Also, äh, da haben wir die Möglichkeit, noch Punkte abzuzpacken in Damage-Node zum Beispiel. Und dort was reinzuhauen. Ähm, ohne Probleme eigentlich. Und wenn's wirklich drauf ankommt, kann man auch hier runterskillen. Ähm, die drei Punkte weglassen stattdessen. Und die Armour-Nodes noch skillen für den extra Bereich. Äh, auch eine Möglichkeit. Oder die zwei weg und, keine Ahnung, das erweitern. So, das ist zum Skill-Tree. Gehen wir über das Gear. Äh, ich hab, äh, fangen wir mit der Impulse an. Ich hab eine Impulse angenommen wegen der Explosion. Warum nicht? Schadet nicht. Dann haben wir 15 bis 20, äh, 25% Increased Effect of Shock. Wie wir grad schon sagten, ist more, more damage. Ähm. Cannot be-schockt, ist egal. Ansonsten haben wir Increased Damage. If we have shocked recently, ist auch wieder Hit-Damage und Ignite-Damage. Das ist toll. Und live. Braucht man nicht den Impulser. Es gibt genug Alternativen, dann gehen wir gleich drüber. Aber ich dachte mir, ah, ich test das so. Und für einen anderen Build, da wollte ich das auch. Und für das, was ich daraus noch machen will. Wollte dann noch ein gleiches Fire-Bild draus testen. Wenn's gut läuft, lasse ich's euch wissen. Wenn's schlecht läuft, dann nicht. Ir ungefähr. Ähm, ja. Ja, dafür hab ich jetzt Impulse einfach genommen. Es gibt genug andere gute Alternativen. Ähm, ja. Amageddon Brand hab ich da drin. Inspiration, wie gesagt. Ich hab die Gems neu gelevelt. Die müssen eigentlich, oder waren wir alle 20. Ähm. Ja, gibt more Elemental Damage. Zählt für Hitz und Ignites. Energy Leech. Zählt für Hitz und Ignites. Ähm. Ähm. Der more Damage fahrt. Und selbst wenn wir mehr Energy Shield hätten, aus irgendwelchen Gründen, dann würd's sogar noch defensiv gut helfen. Äh. Ähm. Ähm. Imolate. Ähm. Ähm. Kann man gut austauschen gegen Empower, gerade wenn man Corrupted hat, plus 1 zu Gem-Level oder sowas. Das ist im Grunde, ja, auch mehr Hit-Damage und mehr Ignite-Damage. Ähm. Prinzipiell macht auch beides. Aber ansonsten, den würd ich austauschen gegen Empower Level 4 oder sowas. Oder Empower Level 3 mit Lustschäbens und sowas. Je nachdem, was man hat. Ähm. Ähm. Hypothermia. Auch more Hit- und Ironman-Damage. Gegen chilled Enemies. Wir chillen die ganze Zeit. Ansonsten benutze ich 5 Ice-Golems. Man kann auch 5 Lightning-Golems nehmen, vom Prinzip her. Ähm. Ja. Ist im Grunde alles immer gechillt. Und Combustion, ne, Hit- und Ignite-Damage. Minus Rest, was weiß ich. Ne ganze tolle Kram. Ähm. Was haben wir an den Kern-Items? Äh. Ich mach ja Pro-Lift. Das mach ich über Barrex-Respite. Ähm. Enemies, die ich töte. Die verbreiten Ignite und Schock. Dadurch haben wir auch gut immer die Schocks und Ignites aufgeteilten Packs. Alles toll. Ähm. Da gehen wir mal nochmal über die Buddy-Armos. Weil da gibt's nämlich ein günstiges Teil, was... Wofür wir den Ring nicht bräuchten, zum Beispiel. So, der Kram ist egal. Skin of the Lords gibt's häufig Corrupted mit, äh, AOE-Games, Duration-Games und all den Kram. Oder Plus-One-Levels. Da ist Empower natürlich auch toll. Optimal wäre, Plus-1, so Game-Level-Corruption, Doppel-Corruption mit, ähm, Plus-2 AOE-Gems oder Duration-Gems, zum Beispiel. Ähm. Das wird extrem viele Level geben. Und da packt man natürlich Empower mit rein, weil das Empower-Level auch noch steigert. Äh. Ist ein gutes Item auf jeden Fall für den Build. Äh, Top-Dingern. Ähm. Ich mein, Skin of the Lawyer. Äh, Skin of the Lords kann auch nur einen Random-Keyzone geben, ist aber schon Corrupted. Also da kriegen wir die Plus-Gem-Level nicht, das ist nur bei Loyal. Aber hier hab ich zum Beispiel schon welche gesehen für einen Ex. Ich setze in der Liga mit, zum Beispiel, Face-Acrobatics auf. Gibt einfach 30% more Spell-Dodge. Dadurch ist es dann defensiv auch sehr stark. Äh, zum Beispiel. Ansonsten Tabula geht natürlich immer. Und, womit die bei wenigsten rechnen, Thousand Ribbons. Mega OP. Äh, ja. Low-Level-Chest gibt's, äh, als Sechs-Link. Äh, zwischendurch mal aus Delph-Encountern und was weiß ich alles für Encounters. Ähm. Oder, äh, Incubators und so weiter. Droppen Sechs-Links und die kriegt man teilweise für 20 Chaos oder so. Das Tolle ist, da ist Elemental Pro-Level Ration auf. Leider nicht Ignite Pro-Level, aber Ele Pro-Level macht, äh, gibt nochmal 20% Chance zu Schock und Chill, äh, Chill-Freeze, was weiß ich, Ignite dazu. Das ist nett. Wir haben einen Pro-Level-Part drin. Dadurch können wir einen anderen Ring benutzen. Ist das Tolle. Ähm. Können wir einen stärkeren Ring reinpacken. Ähm. Der bessere Stats hat, defensive Stats oder sowas. Ja, gibt ein bisschen Life und Resi dazu. Und halt ein günstiger Sechs-Link. Würde ich nehmen, anstatt einer Tambula auf jeden Fall. Ähm. Clock of Flames hatte ich vorher getragen. Ist auch toll. Ignite Duration ist egal. Alles ist egal, aber 20% für's Damage taken als Fire Damage. Äh, ist defensiv toll. Diala's Malefiction, äh, ist auch ganz okay. Für den Empower und, ja, für den, für den, für den Armageddon Brand. Aber, ja, gibt bessere Alternativen natürlich. Ansonsten haben wir natürlich ohne Ende Unique Chess hier noch funktionieren können. Vom Prinzip her. Queen Sanga auch sehr nett. Äh, gerade mit für einen höheren Energy Shield Pool. Können zwei, äh, Wild Mods drauf haben. Meistens sind's Minions Mods, die Leute auswählen. Aber, äh, wir könnten die ganze Zeit Offerings noch bekommen. Für mehr Speed oder mehr Defense. Das bringt eigentlich jeder was. Ähm, Block Chancen sind so top. Nehmen wir mit. Klar, voller Effekt für uns. Und für die Minions, äh, die halten natürlich auch gut was aus dadurch. Wir kriegen Speed dadurch. Oder wir kriegen, äh, mehr Energy Shield durch Life. Was einen guten Puffer gibt. Äh, gerade mit einem Energy, Energy Leech Support drin. Ansonsten gute Stats. Also das ist auf jeden Fall auch ein Top-Teil. Eher defensiv, nicht offensiv. Aber, hm, auch gerade für die Golems. Wenn's einem nervt, dass die Golems mal sterben oder so. Top-Teil. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, ansonsten. Lore Weave geht natürlich immer. Spore Guard geht. Ivory Tower wäre wieder ein anderer Build. Ähm, von, von der Defensive her. Aber ist auch eine Möglichkeit zu benutzen. Äh, Cloak of Defiance würde auch gehen. Äh, Bloodbond gibt den Minions halt gut Life. Gibt uns Life Rack. Ähm, gibt uns prozentuell Life. Wenn man's günstig kriegt, kommt immer auf die Preise an. Karkasjack geht. Äh, Eternity Shorter, okay. Ähm. Impulsars natürlich. Shroud of the Lightless würde ich jetzt nicht so nehmen. Äh, Shadow Stitch ist auch noch okay. Gibt schön Life und Energy Shield und Kill. Äh, das kann helfen. Und kann recht günstig sein, weil es immer 6 lingt und so. Mhm. Ja, Aceri Splendor geht natürlich auch. Gibt gut Resi, Life, Mana und Kill. Äh, gut Life und, ja, Defensive Stats. Äh, kann man sich da auch holen. Also, es gibt ohne Ende Unix, die man allein schon nehmen kann. Dann nimmt man das, was am günstigsten ist. Dann nimmt man danach das, was einem am besten passt. Ansonsten, rare Rüstung, Elder Rüstung insbesondere. Äh, sind ganz nett, äh, was Live-Modes angeht und sowas. Und wir haben auch ein bisschen Elder-Synergy im Build. Äh, das ist ganz nett. Äh, ansonsten Arcane Search, ähm, oder Gems linked with Arcane Search. Das ist ein netter More-Multiplier mit Armageddon Brand. Leider nur für die Hits. Ähm, bringt nichts für den Ignite. Aber wir können Arcane Search aus dem Utility-Bereich rausnehmen und was anderes reinpacken. Das ist auch ganz nett. Sparten, Gem, weil Gems, hey. Es gibt viele Sachen, die man benutzen kann. Man kann nicht alles nehmen, wenn man da eins spart. Woanders ist es auch ganz nett. Äh, ups. Die Waffe aus Versehen gewechselt. Dadurch die Auren nicht richtig. Ah, okay. Machen wir das mal an. Mhm, mhm, mhm. So, okay. Und den Golem irgendwo. Wo ist er da? So. Ja, ansonsten habe ich natürlich Malakai Artifice. Ähm, gibt mir jetzt 100% oder 101% Cold Resi mit einem grünen Sockel drin. Kann man sich aussuchen. Cold oder Lightning. Je nachdem welchen Golem. Ähm, Cold finde ich mit am besten eigentlich. Ich wollte, äh, chill. Chill ist schon ganz nett. Die haben ihre ganzen schnellen Projektile. Da trifft immer irgendwie was. Die rollen sich durch, treffen mehrere Mobs. Ansonsten, äh, Lightning ist auch nicht verkehrt. Weil wir dann kein, äh, Lightning Damage to Spells irgendwo brauchen. Wie ich das auf diesem Juwel habe. Damit ich schocken kann. Weil 5 Lightning Golems machen immer diese Lightning Aura. Da haben wir es eigentlich permanent in Lightning Damage. Ähm, also beides ist okay. Nimmt das, wofür er die Resis braucht. Auch, das Problem ist, wenn man einmal was reingepackt hat, ist das schwierig, wieder zurückzukommen. Weil die anderen Resis, ja, da verliert man was. Und man hat einen Stat, der extrem geboostet ist. Da wieder zu wechseln, will ich jetzt auf Lightning gehen. Und verliere ich mal eben so, pfff, 120 Cold Resis. Die muss ich irgendwo kompensieren. Also das komplette Gear umwerfen. Und ansonsten, ja, das Ding in Vice war jetzt so für ein Chaos oder so. Nichts Besonderes. Äh, das ist natürlich Live, Resis, Energy Shield, Flasmods, was weiß ich. Alles toll. Blasphemous Grasp benutze ich. Äh, sehr nett für den Build. Gerade für den Elementalisten. Gibt ohne Ende Decks. Das ist nice. Äh, ein bisschen Live. Live pro Elder Item. 4% Damage over Time. Multiplier for Islands per Elder Item. Also Ignite. Und Effect of Non-Dimaging Elements. Das ist eins der Items, was am meisten Effekt geben kann, potenziell. Und 8% pro Elder Item. Also sind die ungefähr immer pro Elder Item 1% more Increased Damage Staken. Oder 1,5% irgendwie in einem Dreh. Ähm. Dafür lohnt es sich schon, Elder Items anzuziehen. Ich benutze momentan sogar nur... Zwei. Und trotzdem trage ich's. Ich hab auch nichts besseres gefunden auf dem Slot. Ähm. Der Gürtel wär auch noch ne Möglichkeit für ein Elder Item, natürlich. Ähm. Nichts besseres gefunden auf dem Slot, was mehr Damage gibt. Ähm. Und noch Decks dabei hat. Ohne Ende. Was ich benötige. Aber es ist auch Ende der Leak. Da ist jetzt nicht so viel los. Äh. Ich hätt da auch ein Problem, Elder Items auf anderen Slots zu finden. Aber potenziell. Helm sowieso. Boots kann man gut nehmen. Und äh. Schild kann man gut nehmen. Ähm. Ähm. Ja. Dann hätten wir mit dem Teil hätten wir schon vier Slots. Die Waffe kann natürlich auch noch ein Elder sein. Gürtel. Da haben wir Potenzial. Ich nutze es nicht voll aus. Aber es ist trotzdem nett. 16% Effekt auf Iron Man zu haben. Ähm. Und die 8% Damage over Time Multiplier. Also so ab 3-4 Items, da lohnt sich's richtig. Äh. Voll Gieren lohnt sich eh nicht. Weil wir Elemental Iron Man im Moon sowieso schon sind. Da es Elemental ist. Und alles. Ja. Jedes Item, was man bekommt, gibt halt schönen Effekt und sowas. Das ist auch für ein Chill. Ähm. Das ist halt defensiv, offensiv und so weiter. Ist das echt ein Top Mixes Item. Aber es gibt auch Ra-Optionen natürlich. Elder Items. Äh. Zum Beispiel mit Extra Gems, mit Blind on Heat und all so'n Kram. Äh. Sachen, die die Golems boosten. Oder die Support Gems sparen. Und die ganzen anderen Conqueror-Teile da. Also es gibt ohne Ende Handschuhe und Möglichkeiten. Aber ich finde, das ist, äh. Recht günstig gewesen. Und hat Möglichkeiten. Man kann Corruptions draufballern und sowas. Äh. Ist nicht so teuer, das Ding. Ähm. Und damit noch was reißen. Also. Mir gefällt das auf jeden Fall. Der Rest ist rar. Gibt's auch nicht wirklich viel besseres. Habe ich da zum Beispiel so'n Tempel-Mod. Ähm. Mit Fire Damage und Fire Damage für Spells. Das erhöht beides Ignite Damage. Munson Life, Resi, Banner Rack. Da gibt's ohne Ende Möglichkeiten. Da noch so Max Resi und sowas rauszuholen. Das ist egal. Ähm. Habe ich Minion Life mit drauf. Könnte draußen mal besser sein. Natürlich. Router Enchant. Also ich hab Gammel-Gear an. Sagen wir es mal so. So Kern-Items. Plus 3 zu Minion-Gem-Level zum Beispiel. Da halten die Golems natürlich auch nochmal deutlich aus. Ähm. Ja. Möglichkeiten über Möglichkeiten. Want. War ich froh, dass ich Trigger-Socketed Spell when you use a skill hab. Äh. Reinbekommen hab. Ansonsten hat er auch wieder Fire Damage. Fire Damage für Spells. Auch wieder ein Tempel-Mod. Fire Damage, Overtime, Multiplier. Viel mehr gibt's auch nicht. Car Speed. Ja. Increased Fire Damage. Sowas alles noch. Bell Damage geht auch noch. So in der Art soll das aussehen. Und da hab ich Flammability drin. Purifying Flames. Wave of Conviction. Ähm. Ja. Reduziert Resi. Reduziert Resi gibt in Consecrated Ground. Dafür hab ich's drin. Es regt nämlich gut HP für mich und für die Golems. Das ist ganz nett. Aber das ist alter. Kann man auch was anderes reinpacken. Man kann auch einfach ein Bone Offering reinpacken. Spirit Offering. Wie auch immer. Äh. Das ist eine Möglichkeit. Dann halten die Golems natürlich deutlich was aus. Zwischendurch. Ähm. Desecrate kann man reinpacken. Und immer noch Self-Cast Wave of Conviction reinpacken. Und eine Desecrate Offering Combo. Ähm. Ist eine Möglichkeit. Ähm. Ja. Die Möglichkeiten sind unendlich. Äh. Ich hab Portal in der Handschuhe. Righteous Fire. Val Righteous Fire. Brand Recall. Und Enduring Cry. Enduring Cry find ich ganz nett für die Charges. Das hilft immer gut. Ähm. Mit dem Überleben. Gibt auch gut HP weg. Äh. Für die Zeit wo's oben ist. Brand Recall ist klar. Val Righteous Fire. Ja. 27% mehr Spell Damage braucht man nicht unbedingt. Portal braucht man auch nicht unbedingt. Also wenn er Gem Slots braucht. Ähm. Ja. Ihr könnt Brand Recall in Enduring Cry eine Waffe packen. Wenn ihr kein Trigger Dingern habt. Und Wave of Conviction. Curse on Hit. Und Flammability zum Beispiel in Handschuhe. Oder auch da rein. Ach. Da gibt's Möglichkeiten ohne Ende. Sonst hab ich Flame Dash. Steel Skin. Arcan Surge. Und Increased Duration. Also mein Steel Skin gibt mir auch Arcan Surge zum Beispiel. Ich hab's auf Links Klick gemacht. Dadurch hab ich allein schon. Okay. Arcan Surge Level passt gerade nicht. Muss ich ein Level runter machen. Aber vom Prinzip her hab ich dadurch allein schon permanent Arcan Surge oben. Und ich hab's auf Links Klick gepackt. Weil ich immer vergesse das zu benutzen oder dann zu timen. So hab ich's immer oben. Es stört nicht beim Rumlaufen. Man blockiert nix. Man visiert nix an. Das ist so einer der Skills. Den kann man gut auf Links Klick packen. Genau wie Molten Shell oder sowas. Aber das ist einfach die ganze Zeit oben. Wenn man's benutzt. Das ist so. Ja im Grunde wie Shaper of Desolation hier. Das wechselt halt. Ich hab's mal oben. Ich hab's mal nicht oben. Ist ganz nett. Kann man natürlich auch Selfcast irgendwo hier reinpacken. Und gut ist. Ja. Ansonsten Flamedash natürlich für Arcan Surge. Deswegen hab ich jetzt auch den Game Level nicht so angepasst. Weil ich Flamedash eh die ganze Zeit rum. Ich hab das eh immer oben. Von daher. Muss nicht unbedingt sein. Dass das mit da gelingt ist. Ähm. Ja. Das war's glaube ich mit den Gems. So Clarity. Herald of Ash. Enlighten. Ist klar glaube ich. Hm. Clarity braucht man nicht unbedingt. Herald of Ash gibt halt. More. More. Spell Damage. Und gibt noch ein bisschen extra AOE beim Clearen. Hm. Ein bisschen Overkill Damage und sowas. Nicht ganz nötig. Wenn man wirklich das ganze Maler frei haben will. Defensiv kann man das auch weglassen. Hm. Ja. Die Golems halt im Helm. Und da drin. So. Flast hab ich Bleed Removal auf meiner AP Flast. Movement Speed. Quicksilver ist klar. Curse Removal auf einer Never Ending Mana Flast. Weil warum nicht. Ähm. Ja. Sindersweller Uhren. Nicht die besten Rolls. Aber. Wir igniten immer. Also immer 10% Increased Damage Taken. Wir kriegen Charges wieder. Wenn wir. Ja. Ja. Das machen wir nicht. Aber. Wir kriegen halt schön Live Mana und Kill und sowas. Das hilft gerade bei Dot Builds. Die nicht groß leechen. Ansonsten. Der extra Mod. Der ist ziemlich mies. Aber ich hab nichts besseres. Ein Series Promise noch. Weil ich wenig Chaos Racy habe. Und ja. Wir kriegen dadurch noch ein bisschen Leech. Mit den Elemental Damage. Das ist extra Chaos. Ist auch nicht verkehrt. Gibt ein bisschen Defense. Ähm. Ja. Das war's damit. Was gibt's denn noch? Ähm. Sonst. Nicht viel zu erklären. Glaube ich. Also. Es gibt sehr viele Faktoren. Die sehr flexibel sind. Was so. Persönliche Präferenzen angeht. Und sowas. Ich fand jetzt die Combo am besten für mich. Die hat mir am besten gefallen. Hm. Ja. Alternativen gibt's ohne Ende. CI-Version. Was weiß ich. Ich find halt den Effekt. Den. Den. Status-Effekt. Dup, dup, dup. Ähm. Wir haben halt immer diese 15% Schocks. Den 30% Effekt auf Non-Damaging Ilements. Äh. Ist halt super. Super stark für Chill und Schocks. Auch für Bosse halt. Hm. Besonders der Schock. In dem Fall. Um extra Single-Target-Damage rauszuholen. Für Hits und Ignites. Mir war's wichtig. Beides zu skalieren. Und nicht rein auf Ignites zu gehen. Kein Ignite Prolif reinzupacken. Deadly Ilements oder sonst was. Weil. Der Damage ist bescheiden für Single-Target mit Ignites. Ist einfach so. Ist Fakt. Außer so. Zwei, drei verschiedenen Skills. Äh. Amageddon Brand gehört nicht dazu. Um extrem guten Ignite-Damage zu machen. Deswegen. Beides. Hit und Ignite. Ignite hilft schön beim Clearen. Bisschen extra Single-Target-Damage. Und der Hit-Damage. Der macht halt den Großteil aus. Und. Ja. Wenn man beides skalieren kann. Gerade Elementalist mit einem Schock. Dann. Gehe ich da auch voll drauf. Warum nicht. Deswegen auch die Gems für Auswahl. Nicht unbedingt die Stärksten. Kein Control-Destruction zum Beispiel. Ist stärker wie manch andere. Stärker wie Energy Leech zum Beispiel. Aber da ist auch Ignite skaliert. Habe ich das lieber drin. Ähm. Ja. Chimps und so. Wie gesagt flexibel. Wenn ihr keinen Trigger habt. Benutzt Wave of Conviction. Self-Cast. Und dann ist gut. Ähm. Mit Curse on Hit. Hm. Decks kann man immer skillen. Wenn man es braucht. 30 Decks kriegt man hier irgendwo. Hm. Ja. Ja. Gutes Elemental Overload. Ist ziemlich häufig oben. Weil wir. Haben auch mit dem Lightning Golem. Wo haben wir die Crit Chance stehen. Ich sehe es nicht. Ich finde es nicht. Das ist Wetter. Spell Crit Chance. 20,16%. Spell Crit Chance. Mit einem. Elemental Overload Build. Das ist schon ganz nett. Ja. Man könnte schon fast. Ähm. Ja. Auch Crit. Ähm. Legions gehen. Äh. Amageddon Brand. Ein paar Nodes umskillen hier. Woop. Da kann man rein. Hier kann man rein. Dafür so Damage Over Time Multiplier. Mods hier weg machen. Hier die zum Beispiel. Da weg. Äh. Und eher Richtung Crit gehen. War auch eine Möglichkeit. Hey. Assassin's Mark irgendwo. Corruption drauf. Möglichkeiten gibt es. Äh. Das zu verändern. Ich fand es so am geilsten. Haha. Und äh. War sehr zufrieden. Also von Tier 1 bis Tier 16. Beim Leveln alles super entspannt. Alles gut. Keine Probleme gehabt. Alles läuft immer flüssig. Ähm. Manchmal Damage Spikes. So One Hits sind mit dem AP und Mana Pool. Äh. Doch manchmal tödlich. Mhm. Gerade so Metamorph kann man mal gewonshottet werden. Mit dem Setup. Aber. Mein Gear ist jetzt auch nicht perfekt. Standard Unix. Nix Besonderes. Und die Ra-Items. Die ich benutze. Die sind jetzt auch echt nicht spezielles. Ähm. Keine super teuren Sachen. Da hat nix über ein Ex gekostet. Also. Hm. Teilweise nur so ein 2-3 Chaos. Also. Ja. Ihr kriegt eine Idee. Ähm. Was. Was hier abgeht. Was ich geplant habe. Glaube ich. Und es ist ein super Leakstarter. Ich denke nicht. Dass da groß was generft wird. Eher gebufft wird. Kann man sich das schon mal. Im Hinterkopf mal notieren. Vielleicht ist das was für euch. Äh. Ich fand's. Fand's auf jeden Fall sehr spaßig. Das nächste was ich testen werde. Wie gesagt. Ähm. Den umzuskillen ein bisschen. Richtung Righteous Fire. Ähm. Mal gucken wie die Stone Golems nicht oben halten. Und so weiter. Ein paar Items und Gems tauschen natürlich. Aber auch. Äh. So ähnlich. Wieder Ignites und Hits zu skalieren. Und so was. Äh. Es gibt halt auch noch ein. Neues. Neue Unicorn Schuhe. Hatte ich schon besprochen. Die sind auch nicht verkehrt für sowas. Äh. Mal gucken. Das wäre auf jeden Fall eine gute Alternative. Zu Blasphemers. Hm. Ich wollte mal gucken. Wie gut der Clearing kann. Wie gut Single Target ist. Sustain ist. Einfach so aus Interesse. Dann habt mal noch einen schönen Tag. Bye bye. Bye. Äh.